Was sind die häufigsten Ursachen für Mundtrockenheit und trockene Augen? Trockener Mund und trockene Augen können durch Allergien, Dehydrierung, bestimmte Medikamente oder eine als Jögren-Syndrom bekannte Krankheit verursacht werden. Saisonale Allergien oder Umweltallergien können sowohl Trockenheit im Mund als auch in den Augen verursachen, und manchmal können Augentropfen oder Allergie-Medikamente dazu beitragen, das Problem vorübergehend zu lindern. Spezifische Reizstoffe sollten nach Möglichkeit identifiziert werden, um sie in Zukunft zu vermeiden. Das Jögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, dh das Immunsystem reagiert im Wesentlichen auf ein nicht vorhandenes Problem im Körper und lässt das Immunsystem selbst angreifen. Obwohl das Jögren-Syndrom häufig die Speicheldrüsen und Tränenwege betrifft, kann es auch andere Bereiche des Körpers betreffen und unter anderem Gelenkschmerzen oder Hautausschläge verursachen? Ein Arzt kann bei der Diagnose und Behandlung dieses Zustands behilflich sein, was zur Linderung der Symptome beitragen kann. Wenn ein trockener Mund und trockene Augen nicht durch Allergien oder Krankheiten verursacht werden, kann Dehydration das Problem sein. Es ist wichtig, dass die Menschen den ganzen Tag über genug Wasser trinken, um die allgemeine Gesundheit zu erhalten und Trockenheit zu verhindern. Die Grippe kann manchmal zu trockenem Mund und trockenen Augen führen, ebenso wie jede Krankheit, die mit Fieber einhergeht. Medikamente sind auch eine der Hauptursachen für diese Symptome. Medikamente wie Antihistaminika, Dekongestiva, Antidepressiva und Blutdruckmedikamente können unter anderem zu anhaltender Trockenheit führen. Für manche Menschen stellen diese Symptome ein anhaltendes Problem ohne eindeutige Ursache dar. Die regelmäßige Anwendung von Augentropfen mit Gleitmittel kann dazu beitragen, Rötungen, Trockenheit oder Juckreiz in den Augen fortzubeugen. Das Atmen durch den Mund kann auch dazu führen, dass er trocken wird. Patienten sollten daher so viel wie möglich durch die Nase atmen. Manchmal kann die Umgebung auch zu Trockenheit führen. Zentrale Klima- oder Heizungsanlagen oder Gebäude wie Büros oder Krankenhäuser, in denen häufig Luft recycelt wird, können den Körper austrocknen lassen. Die einzige Behandlung besteht darin, den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit versorgt zu bleiben und Augentropfen zu verwenden, wenn die Augen kratzig und schmerzhaft werden. Einige Leute stellen fest, dass die Verwendung eines Luftbefeuchters in der Nacht zu Hause ebenfalls dazu beitragen kann, Trockenheit zu verhindern. Luftbefeuchter in kleinen Schlafzimmern können mit Wasser gefüllt werden und die ganze Nacht laufen, um der Luft Wasser zuzuführen.